So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Ich bin wieder nicht auf meinem Spielbildschirm. Sparffehler ist da. Nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von der zentralen Tankstelle. Die zentrale Tankstelle, ihr seht es klar und deutlich, da sind die drei, ich sag mal, ich nenne sie immer Hologramme, die man quasi betreten muss, damit die Aufgabe startet. Ich fliege jetzt gerade zu dem hier hin. Ihr müsst auch nichts machen, außer dahin einmal durchrennen. Und das war es eigentlich schon mit der Teilaufgabe. Dann könnt ihr natürlich Glück haben, wie ich. Ich glaube, hier ist nur einer gelandet. Doch, er ist da. Einfach mal gucken, ob wir Glück haben. Und dann werde ich mich direkt da auch schon in die nächsten Aufgaben machen. So, wie gesagt, das Zeichen einsammeln und dann geht es weiter. Aber ich gucke erst mal, dass ich hier ein bisschen Loot habe. Ein Gegner ist wohl da oder er besorgt sich einfach nur das Auto. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten sucht euch einfach eine andere Tankstelle. Ich werde es euch ja im Video zeigen, wie ich es dann gemacht habe. Kann auch sein, dass er nur ein Auto holen wollte. Weil Autos sind hier definitiv. Auf jeden Fall, wenn ich euch da weiterhelfen konnte, wo ihr hinmustet, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ich gucke, dass ich die nächsten Aufgaben für euch mache. Und in dem Sinne, haut rein! Wir sind Art�� pendant ein 오늘. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.